Ja, wir haben schon einen Enderman. Hm, geht nicht. So geht es nicht? Ist nicht wie Zucro. Hm? Ja, toll. Der sieht mir ein bisschen... Ja, das ist nicht ein normaler Zombie. Der ist ein bisschen angry, ein bisschen wütend auf uns. Wir brauchen eine Hacke, eine Spitzhacke, zwei, ein Schwert und eine Schaufel. Nein, bitte nicht. Ah, was ist besser? Karotten sind glaube ich besser. Ich glaube, wir haben ein Problem. Okay. Pretty cool. Ja, das töte dir. Das kann er töten. Hilf doch, Triade. Ja, nur herumstehen. Wir müssen was essen. Wir müssen was essen. Okay, nein. Camilla, Calorie, Peas, Seeds, Strawberry, Raspberry. Ja, was können wir nehmen? Nehmen wir mal die Pi. Und... Camilla, Calorie, Soibin. Und Ruta Barga. Jetzt lanzen wir die mal an. Okay, wir haben noch mehr Platz. Belladonna. Kaffee. Trinken wir ein bisschen Kaffee noch. So. Können wir noch mehr ein bisschen... Wir können bis zu... ... ... ... Vier rein. Das ist Bohnenrotter, ist nicht schlecht. Puh. Puh. Also. Was ist denn das? Was ist das? So. Skelett, komm bitte nicht hier hin. Und schon die nächsten. Okay, ich möchte gerne bauen hier. Wir haben bald ein Problem. Okay, jetzt kommt dann dieses Ungeheuer wieder aus dem Loch heraus. Ja genau, jetzt sterbe ich noch. Ja. Keine Chance. So viele kommen einfach, dass wir den Zombies, das ist das plötzende Update von Vanilla. Halt doch ab. Jetzt reicht's mir. Okay, jetzt warten. Irgendwo. Da oben. Jetzt warte ich einfach. Kurzen... Ähm. Kurzen Kack, bis wie der Tag ist. So, ich hab kurz gecheatet. Sorry. Aber ich wollte nicht machen. Ich hab hier einfach kurz auf Down gemeldet. Ich glaub Down ist morgen. Absonst gehen wirklich die Monster dann. So, ich hab hier schon mal. Ähm. Sorry. Ah, ich kann nicht springen wegen dem Lack. Das ist so komisch. So, irgendwo im Meer sind wir gestorben. Ja, es hat ein... Die will ich nämlich züchten. Okay, ah, da... Das kann ich schon wieder nicht sprinten und richtig springen. Und alles mögliche. So. Pooh, pooh, pooh. Ja, ja. Wow, der ist in Kampf. So. Gut. Pflanzen wir das hier an. Ähm. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. So. Jetzt schauen wir mal hier unten. Oh, hier ist Lava. Da ist ein neues Erz. Ja. Das ist die einzige Höhle. Zum Blissen eine blöde Höhle, aber... Ich will da nicht unbedingt schon am Anfang so tief und lang, lange graben. Ja, das Skelett ist hier verbrannt. Verbrannt. Okay. Kupfer. Das bauen wir aber so nicht ab. Eher so. Okay, jetzt ist was drunter. So. Wir müssen uns heilen. Ah, die verbrennen Lava. Okay. Hui. Limestone. Limonenstein. Ähm. Kann das sein, dass hier ein Spawner ist? Das wäre jetzt nicht so gut. Das wäre jetzt nicht so gut. Das hier ist auch nicht so gut. Marble. Also, ähm. Marmor, genau. Und Nativkopf können wir nicht abbauen. Mit einer Steinspitzsocke. Fackeln haben wir auch nicht, weil Kohle fehlt. Da müssen wir wahrscheinlich wieder hoch gehen. Da unten ist keine Kohle. Das ist irgendwas Rotes. Gehen wir wieder hoch. Und die gehen wo anders runter. Das, was Phosphorus. Okay. Ähm. Wir müssen wieder ein Schwert bauen. Machen wir gleich zwei. Was ist das gewesen? Ah. Okay. Man kann als Stein auch diese Sticks machen. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Das ist hier. Raw Mutton. Schaf. Fleisch. Hehehe. Schauen wir wieder fliegende Berries. Okay. Ein bisschen kurios. Gehen wir mal ein bisschen hier in die Tundra. Vielleicht gibt es dort auch neue Sachen. Aber zu klar. Könnten wir gewerfen. Oh. Fast. Ein paar Bäume fällen, aber nicht zu hoche. Zwei. Hm. Ja. Die zwei. Die Birken. Nein. Nicht die Birken. Die Fichten. Ja. Genau. So. Ja. So. Ja. 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 So. Und. Einen setzen. Das ist aber auch keine Kohle oder? Das ist Bitumen. Das ist das schon wieder. Salz. Alle mögliche Schild gibt es in diesem Ort. Da ist Gravel Eisen. Das macht Sinn. Dann habe ich mir wieder hoch kurz die Schwetzlinge holen. Das ist Vanilla. Ich möchte die ausgewachsenen dann pflücken. Aber Erlbeeren ist richtig gut. Scrap können wir nicht tun. Wie viel heilen die haben? Wir haben gerade voll. Können wir nachher schauen. Was gibt es hier sonst noch? Leider nicht viel. Was gibt es hier sonst noch? Was gibt es hier sonst noch?